Vielen Dank, vielen Dank. Ja moin moin, auch ins Internet, hallo. Genau, wie schon angekündigt, ich würde gerne darüber sprechen, wie wir den Zufall nutzen können, um Privatsphäre zu schützen. Warum meine ich davon, irgendwie was erzählen zu können? Ich arbeite drüben am Institut für IT Sicherheit und promoviere da gerade und arbeite genau zu dem Thema. Also ich weiß nicht, wer ihr alle seid, ihr seht alle sehr nett aus, vielleicht seid ihr Studierende oder Interessierte. Wenn ihr irgendwie Fragen habt oder so, kommt einfach vorbei, sprecht mich oder uns an. Weil ich finde, es ist ein sehr spannendes Thema. Was ist der Plan? Den sehen wir gleich. Als erstes wollte ich nur sagen, wenn es Fragen währenddessen gibt. Ich habe mich bemüht, irgendwie das Ganze so zu machen, dass man kein Vorwissen braucht. Sollte es aber dazu kommen, dass ich irgendwie das verbaselt habe, man Sachen doch nicht versteht, weil ich irgendwelche Begriffe benutze, die man nicht kennt, bitte meldet, schnippt, schreit und sagt Bescheid, dann kann ich das gerne erklären. Ich glaube, dass es hilft irgendwie ein bisschen mehr, wenn man währenddessen Fragen beantwortet, als wenn am Ende irgendwie rauskommt, ab der Hälfte bin ich ausgestiegen, bin ich mitgekommen und dann hatte ich von dem Vortrag auch nichts. Genau. Bevor wir inhaltlich anfangen, möchte ich mit dem Disclaimer anfangen. Und ich möchte einmal klarstellen, dass ich mich zwar mit Datenschutz und Privatsphäre-Schutz beschäftige, dass wir aber häufig den Vorwurf bekommen, dass wir Sachen verhindern würden. Also, dass so datenbasierte Algorithmen, KI, irgendwelche Buzzwords können wir jetzt reinwerfen, dass wir das verhindern, dass die vernünftig funktionieren und irgendwie Fortschritt irgendwie ausbremsen, dass das Ganze dem nicht hilft. Und als Beispiel dafür habe ich ein Zitat mitgebracht, dass ich sage jetzt nicht, von wem das ist, aber in letzter Zeit hat man das öfter gehört, dass wir angeblich mehr Datennutz bräuchten und weniger Datenschutz. Das ist erstmal ein interessantes Zitat, weil es so ein bisschen das Problem aufzeigt. So eine Bevölkerung ist irgendwie das Bild oder bei manchen Menschen ist das Bild, dass das ganze Widerspruch ist. Also wir können abwägen, ob wir Datennutz haben wollen oder Datenschutz. Und eigentlich wollen wir immer Datennutz haben und deswegen pfeifen wir jetzt auf den Datenschutz. Dieses Zitat kam in letzter Zeit, da war ich, auf einer KI-Konferenz. Da hat das Ganze für Begeisterung gesorgt und kam irgendwie sehr positiv an, weil endlich sind diese blöden DatenschützerInnen uns nicht mehr im Weg. Wir können unsere Sachen machen und endlich vorankommen, ohne uns über diese ganzen Sachen Gedanken zu machen. Das ist in Ordnung. Die Meinung kann man haben. Ich bin anderer Meinung. Das Zitat kam dann auch auf einer Datenschutzkonferenz in Kiel von dem ULD. Das ist unser Landesdatenschutzzentrum. Da kam das Zitat auch und da war die Reaktion eher so. Also eher mehr, irgendwie ist das schwierig. Und ich möchte auch eine Alternative dazu geben. Die kam auch auf dieser Konferenz, dass wir dieses Zitat am besten nicht benutzen, sondern die Alternative benutzen, nämlich dass Datennutz durch richtigen Datenschutz erst möglich wird. Und diese Denke ist irgendwie ein bisschen besser. Und ich glaube auch, dass sie ehrlicher ist. Weil wenn wir uns jetzt KI-Anwendungen angucken, also künstliche Intelligenz, da brauchen wir ganz viele Daten. Woher kommen diese Daten? Im Moment werden sie einfach gesammelt, weil wir können auf Internetseiten irgendwelche Daten sammeln und darauf können wir KI trainieren. Aber wenn wir ehrlich sind, haben wir wahrscheinlich die BenutzerInnen danach eigentlich gar nicht richtig gefragt, ob wir diese Daten sammeln dürfen und benutzen dürfen. Und wenn wir eigentlich einen Zettel rumgeben würden und BenutzerInnen transparent fragen würden, dürfen wir diese Daten benutzen, um das zu trainieren, dann würden wahrscheinlich die meisten Leute zumindest sagen, wofür wollt ihr das denn? Wolltet ihr die wirklich anwendungsbezogen benutzen? Löscht ihr sie danach wieder oder nicht? Und ich glaube, dass wenn wir uns darüber ehrlich Gedanken machen, wir eher zu dem zweiten Punkt kommen, nämlich wir brauchen Datenschutz, wenn wir Daten wirklich sammeln wollen und benutzen wollen. Und erst dann ist ein Datennutz möglich. Und ich hoffe, in dem Vortrag kommt es jetzt auch ein bisschen rüber, dass das Ganze kein Widerspruch sein muss, sondern man das Ganze auch schon zusammendenken kann, wie wir das jeden Tag irgendwie versuchen umzusetzen. Genau, mit dem, das gehört noch zum Disclaimer, ich finde Daten, Statistik, KI irgendwie ganz, ganz toll und das finden auch alle, die bei uns drüben arbeiten. Ich hoffe, ich kann für diejenigen sprechen. Das sind irgendwie tolle Sachen und es ist super wertvoll für eine aufgeklärte Gesellschaft, um Entscheidungen zu treffen, um zu wissen, ob politische Maßnahmen irgendwie richtig getroffen werden, was die für Auswirkungen haben, ob man etwas anders machen müsste. Als Beispiel, genau, habe ich ganz viele einfach Statistiken, die Werte aufzeigen. Aber zum Beispiel, wenn es um Klimaerwärmung geht, habe ich jetzt als Beispiel diese Wärmestreifen genommen. Das ist Statistik verbildlicht und das ist eine wichtige Information, die wir brauchen. Und hier, sorry für den Flashback, ich hatte auch kalten Schweiß, als mir das jetzt wieder begegnet ist. Diese ganzen Corona-Tabellen waren während der Pandemie einfach super wertvoll, um zu wissen, wo sind welche Werte, welche Maßnahmen müssen getroffen werden und helfen Maßnahmen, die wir treffen, wirklich dabei ein Infektionsgeschehen irgendwie einzudämmen. Und wenn wir zu dem letzten Punkt kommen, zu der KI, ist es natürlich auch ganz toll, da möchte ich gar nicht gegen argumentieren, den Papst in einer Fashion-Jacke zu sehen, die er sonst so nie anhaben würde. Das ist eine tolle Sache, dass wir das können. Und auch irgendwie, sollte ich jetzt gerade zu meinem Rewe um die Ecke gehen oder eine Stunde später, weil dann weniger los ist, das ist wahrscheinlich nicht kriegsentscheidend, aber es ist eine praktische Sache, die Daten uns ermöglichen. Und das möchte ich auch in keinster Weise einschränken und das möchte auch niemand. Aber wenn wir das Ganze machen, sollten wir darauf achten, dass wir nicht aus Versehen mit dem Hintern alles einreißen, was wir vorne versuchen aufzubauen. Das wollte ich nur als Einstieg einmal nutzen. Und wenn wir jetzt über Privatsphäre-Schutz reden, das habe ich jetzt oft erwähnt, ist immer noch die Frage, was genau meine ich eigentlich damit. Privatsphäre-Schutz ist irgendwie so ein Bild, wozu man irgendwie verschiedene Meinungen haben kann, was das bedeutet und was nicht. Was ich mir überlegt habe, ist, dass man das Ganze irgendwie über drei Fragen ganz gut irgendwie greifbar machen kann. Nämlich, das erste ist, was möchte ich überhaupt schützen? Ich komme dazu gleich nochmal genauer. Die zweite Frage ist, wie möchte ich das machen? Und das dritte ist, was möchte ich lernen? Und lernen heißt jetzt hier nicht, irgendwie möchte ich in die Schule gehen und möchte Englisch oder Mathe lernen, sondern die Frage ist, wenn ich Daten erhebe und mir diese ganzen Statistiken hier zum Beispiel angucke, wenn ich diese, bevor ich die Statistik erhebe, stelle ich mir die Frage, wofür mache ich das? Was möchte ich daraus irgendwie lernen? Möchte ich wissen, wie sich der Klimawandel irgendwie entwickelt in meiner Stadt zum Beispiel? Und diese Frage stelle ich mir vor der Datenerhebung und kann das dann mitdenken, wenn es um Privatsphäre-Schutz geht. Ich habe noch ein paar Beispiele und wahrscheinlich die meisten Sachen sagen, den meisten von euch vielleicht nichts, das ist vollkommen in Ordnung. Ich wollte das Ganze nur ein bisschen unterfüttern. Was möchte ich schützen? Das können entweder die Rohdaten sein. Also ich habe einen Datensatz, da stehen verschiedene Daten zu Menschen drin. Dann möchte ich diese Rohdaten schützen oder ich möchte Individuen schützen, die Daten in diese Datenbank gegeben haben. Oder ich möchte ganze Statistiken, wie auf der vorherigen Folie zum Beispiel schützen. Das können alles Ansätze sein, um diese Frage zu beantworten. In der Mitte, da sagt einem vielleicht die DSGVO was, wenn man schon ein bisschen im Internet unterwegs war. Das ist diese Ordnung mit Gesetzescharakter, die etwas zum Datenhandling im Internet zum Beispiel sagt. Und dann gibt es so ganz viele fesche Begriffe, die wir in der Forschung benutzen. So etwas wie K-Anonymität, Differential Privacy, Pseudonymisierung. Das meiste davon sagt wahrscheinlich, wenn man sich damit noch nicht beschäftigt hat, nicht so besonders viel was. Das ist in Ordnung. Ich hoffe, dass ich im Vortrag ein bisschen was dazu sagen kann. Hat vielleicht zwischendurch, hat irgendjemand diese drei Begriffe schon mal gehört und damit gearbeitet? Okay, die meisten davon kommen mir bekannt vor von der Uni. Genau, das zeigt, diese Begriffe sind wahrscheinlich nicht sehr weit verbreitet, trotzdem sie coole wissenschaftliche Gebiete irgendwie darstellen. Und zu dem, was möchte ich lernen, möchte ich irgendwie Vorhersagen treffen, zum Beispiel, wie wird das Wetter morgen, ich gucke mir die Daten an der letzten Tage und dann kann ich eine Aussage darüber treffen, wie sich das Wetter entwickelt. Oder eine Erkennung, ich möchte Unfälle auf Verkehrskameras erkennen und so weiter. Da kann man sich alles Mögliche ausdenken. Und wie das vorherige Zitat beschrieben hat, dass was häufig passiert ist, dass diese beiden irgendwie in einem Konflikt stehen. Ich möchte etwas schützen, meistens private Daten, und auf Grundlage dieser Daten kann ich aber erst überhaupt irgendwas lernen. Und dann gibt es einen Widerspruch zwischen den beiden, weil meistens, wenn wir private Daten irgendwie schützen wollen, führt es dazu, dass wir die eigentliche Aufgabe, nämlich das, was wir daraus lernen wollen, nicht mehr richtig mit der gleichen Genauigkeit erreichen können. Und diesen Widerspruch versuchen wir in der Forschung so ein bisschen aufzulösen, um beides gleichzeitig zu schaffen. Meistens ist es ein Kompromiss, aber in etwa kriegen wir das hin, denke ich. Genau, um das Ganze ein bisschen weiter zu erklären, habe ich mir Beispiele überlegt, an denen ich hoffentlich klarmachen kann, was Privatsphäre, Schutz und auch die Risiken davon, wenn wir das nicht machen, irgendwie bedeuten. Und dafür habe ich mir einmal die Karte von Lübeck genommen. Hier ist die Altstadtinsel, die Ratzeburger Allee, und hier unten, das ist der Karlebachpark, und hier irgendwo ist der Audimax, wo wir gerade drin sind. Und mit den Fragen, die wir uns vorher überlegt haben, kann ich jetzt mir die Frage stellen, was möchte ich denn eigentlich lernen mit meinem Datensatz? Da habe ich mir überlegt, das Szenario, ich bin Städteplaner, ich möchte die Stadt planen, auf welche Straßen wird besonders viel Wert gelegt bei dieser Planung? Und das sind die Strecken, wo viele Personen drauf verkehren. Und das möchte ich anhand meiner Problemstellung irgendwie analysieren, um das einplanen zu können. Die zweite Frage, was genau möchte ich schützen? Wenn ich diese Daten erhebe, möchte ich trotzdem nicht die Aufenthaltsorte einzelner Personen irgendwie leaken, sagen wir, also veröffentlichen, ohne dass ich eigentlich geplant hatte, das zu veröffentlichen. Weil natürlich sind das wichtige Informationen, und trotzdem ich eine Aufgabe lösen möchte, nämlich häufig genommene Strecken, dafür ist es nicht relevant, welche Person zu welcher Zeit an welchem Ort war, und dann möchte ich das bitte auch nicht veröffentlichen. Wenn ich die Daten einblende, dann sieht das Ganze so aus, ich habe jetzt hier irgendwie mich selber genommen und vier andere Personen, die an dieser Umfrage teilgenommen haben, und wir sehen die GPS-Position in Lübeck verteilt, wo diese Personen verkehrt sind. Und man sieht jetzt so ein bisschen, okay, die Ratzeburger Allee, irgendwie zwischen Altstadtinsel und Uni, da ist irgendwie viel los, darauf sollte man Wert legen. Aber da kommen wir gleich zu. Ich möchte nämlich noch eine Sache zwischendrin einschieben, im Kontrast zu dem Setting, wo wir irgendwie relativ bildlich vor Augen haben, was das Ganze bedeutet, was unsere Daten sind, nämlich GPS-Positionen, und da hat auch jeder gleich einen Zugang zu. Gibt es tabellarische Daten? Diese tabellarischen Daten erfüllen jetzt einen anderen Sinn, das sind keine GPS-Positionen mehr, und es ist auch gar nicht so wichtig, was da jetzt drinsteht, das ist nur ein Beispiel. Ein Beispiel dafür, wie Daten häufig irgendwie gespeichert werden, wie sie im Internet vorhanden sind, nämlich einfach als Tabelle. Und diese Privatsphäre-Probleme, die wir an sowas haben, wo es relativ schnell ersichtlich wird, dass ich irgendwie Positionen rausbekommen habe, weil die sind einfach eingezeichnet und haben meinen Namen, das kann mir auch in dieser Tabelle passieren, und das möchte ich beschützen. Und ich möchte diese beiden Szenarien irgendwie parallel jetzt durch diesen Vortrag bringen, um zu zeigen, was jeweils die Risiken dabei sind. Genau, wie schon gesagt, hiermit einmal angefangen, und ich glaube, die Frage, die wir uns jetzt stellen können, ist, habe ich das erreicht, was ich erreichen möchte? Habe ich die personenbezogenen Daten irgendwie geschützt und veröffentliche nicht aus Versehen, wenn ich diesen Datensatz nehme und an die Öffentlichkeit gebe, aus Versehen irgendwie mit, wo einzelne Personen sich aufhalten. Und ich stelle das jetzt nicht in die Gruppe, es ist offensichtlich, natürlich veröffentliche ich das mit. Ich habe hier irgendwie meine Legende, da stehe ich sogar drin, ich habe diesen schwarzen Böbel, und wenn man guckt, wo ich überall war, dann sieht man, dass ich zum Beispiel auch hier unten an der Uni war. Und wir können uns jetzt überlegen, vielleicht möchte ich genau das beschützen, dass ich unten an der Uni war, möchte diese Statistik sammeln, wo viele Leute verkehren auf dieser Straße, aber ich möchte nicht veröffentlichen, dass ich, Marvin, unten an der Uni war, weil vielleicht mag irgendjemand nicht, dass ich an der Uni bin und findet mich dann doof, wenn ich das mache. Und ja, ehrlich gesagt, braucht man auch keinen Grund, sondern wenn die Aufgabe ist, nur zu analysieren, wie das Verkehrsaufkommen ist, dann möchte ich nicht aus Versehen veröffentlichen, wer wann zu welcher Zeit so war. Ich möchte aber trotzdem als Beispielfrage lassen, Marvin, warst du an der Uni oder nicht? Genau, die erste Antwort, die häufig genannt wird, ist, okay, warum schmeißen wir nicht einfach die Legende weg? Die war eben noch da, jetzt schmeißen wir sie weg. Jetzt haben wir ja gar keine Namen mehr zu den Farben. Jemand, der jetzt diesen Satensatz bekommt, weiß, okay, es gibt irgendwie schwarz, blau, rot, grün, aber es gibt keinen Namen mehr dazu. Also scheint das Ganze doch schon irgendwie unsere Privatsphäre mehr zu schützen und das Problem vielleicht sogar schon zu lösen. Da würde ich entgegnen, ja, natürlich ist das irgendwie ein besserer Schritt und das ist auch etwas, was häufig gemacht wird, aber vielleicht hat das weiterhin noch Probleme. Um den Begriff einzuführen, den hattet ihr schon auf der ersten Folie gesehen oder auf dieser Übersichtsfolie mit den Fragen. Das Ganze könnte man jetzt Pseudonymisierung nennen, also wir führen nicht mehr die tatsächlichen Namen mit zu den Personen, wie sie eben da oben standen, sondern wir führen Pseudonyme ein. Und Pseudonyme in diesem Fall sind zum Beispiel die Farben der Bubble. Also mein Pseudonym ist jetzt schwarz, eine andere Person hat das Pseudonym blau und so weiter. Einfach ein anderer Name, der mir durch Zufall meistens gegeben wird. Wenn wir uns das bei der Tabelle angucken, dann können wir das ganze Verfahren und vielleicht wird das da ein bisschen noch verständlicher auch nochmal durchspielen. Da würden wir jetzt als erstes uns überlegen, was sind denn direkt identifizierende Attribute? Und da würde ich sagen, es ist der Vorname und der Nachname, weil der ist irgendwie sehr spezifisch auf eine Person. Was wir jetzt machen, wir identifizieren das, wir löschen das raus und führen Pseudonyme dafür ein. Diese Pseudonyme können irgendwelche Benutzernamen sein auf einer Plattform zum Beispiel. Ich habe sie jetzt einfach durchnummeriert, Person 1 bis 6 und damit ist der Datensatz pseudonymisiert. Zurück zur Frage, hat uns das jetzt irgendwie geholfen? Das lasse ich erstmal offen und wende einen Zaubertrick ein. Ich mache die Karte ein bisschen breiter. Das, was man jetzt sieht, ist, dass wir hier irgendwie links im Westen von Lübeck noch mehr Datenpunkte haben. Wenn man sich überlegt, was das ist, das ist irgendwie die Bahnstrecke, hier ist der Hauptbahnhof, das führt irgendwie Richtung Hamburg. Und Leute, die mich ein bisschen kennen, wissen, dass ich zurzeit in Hamburg wohne und deswegen wahrscheinlich, wenn ich an der Uni arbeite und in Hamburg wohne, zwischen Hamburg und Lübeck pendel. Also diese Bahnstrecke, die von Hamburg kommt und nach Lübeck führt, ist wahrscheinlich eine Strecke, die ich häufig nehme. Und jetzt können wir die Frage wiederholen, hat das irgendwie diese Pseudonymisierung dazu geführt, meine Daten zu schützen und die Frage zu beantworten, war ich an der Uni oder nicht? Und ich glaube, es ist halbwegs offensichtlich, dass diese Pseudonymisierung dabei nicht geholfen hat. Wir haben Hintergrundinformationen, nämlich, dass ich aus Hamburg komme und damit wissen wir, dass entweder schwarz oder pink höchstwahrscheinlich irgendwie meine Pseudonyme sind. Und wenn wir uns angucken, das, was wir schützen wollten, war ich an der Uni oder nicht, da sehen wir, dass schwarz und pink eben genau diese Farben sind, die in der Uni waren. Und damit wissen wir, ohne zu wissen, dass ich schwarz oder pink war, reicht es, um rauszubekommen, dass ich an der Uni war. Und genau diese Information rauszugeben, ohne dass ich das eigentlich wollte, mit meinem ursprünglichen Datensatz und mit der Aufgabe, die ich erfüllen wollte. Ein Angreifer, genau mit diesen Punkten, die ihr seht, hätte so einen Wiki-Moment. So, ich habe es. Hier sind irgendwie diese schwarzen und pinken und die verraten mir genau das, was ich rauskriegen wollte als Angreifer oder Angreiferin. Da auch vielleicht zu dem Terminus Angreifer oder Angreiferin benutzen wir, das kennt man aus der Kryptologie vielleicht, einfach, um jemanden zu beschreiben, der eine böse Absicht hat, um etwas rauszubekommen, was ich eigentlich beschützen möchte. In diesem Fall war ich an der Uni oder nicht. Genau, das hat irgendwie nicht geholfen. Und jetzt können wir uns angucken, um das zu lösen, dass es nicht geholfen hat, was genau war denn das Problem dabei. Und da habe ich zwei Punkte, die irgendwie häufig vorkommen bei Daten, die ein Problem sind. Und zwar, dass diese Datenpunkte viel zu individuell sind. Also wir hatten diese Strecke nach Hamburg, da treffen viele Sachen irgendwie nur auf mich und eine andere Person zu. Wir können aber auch hier oben nach Mali gucken. Genau, da haben wir auch einzelne Datenpunkte. Diese zwei blauen, diese grüne Person, die ist da relativ alleine. Und das Zweite, das haben wir gerade schon diskutiert, ist das Hintergrundwissen. Das ist irgendwie eine wichtige Sache, die man in diese Datensätze mit reinbringen kann, ohne dass sie selber in den Daten aufzeigbar sind. Die kann ich mit reinbringen, diese Informationen, um Sachen zu de-anonymisieren. Wenn wir uns die beiden genauer angucken, dann kann der erste Punkt sein, individuelle Datenpunkte. Okay, irgendwie, warum machen wir uns darüber überhaupt Gedanken? Das ist irgendwie ziemlich individuell. Wenn wir uns die Mittel der Datenpunkte angucken, wo verhalten, wie verhalten sich Menschen im Mittel in Lübeck, dann haben wir genau diese Strecke in der Mitte. Also diese paar Outlier, also Ausreißer, die jetzt irgendwie in Mali oder in Richtung Hamburg sind, Schwund ist überall, dann ignorieren wir das doch einfach. Das ist okay. Den paar Leuten müssen wir sagen, tut uns leid, euch konnten wir leider nicht schützen. Diese Information, aber im Mittel hilft es doch. Und vielleicht ist dieses Größere gut, dass wir hier drüber eine Aussage treffen können, wichtiger als individuelle Daten zu schützen, die dann einfach sehr spezifisch auf eine Person sind. Das finde ich, fände ich nicht richtig, fände ich nicht so gut. Und ich glaube, das Problem ist auch größer, als einfach nur diese einzelnen Ausreißer zu nehmen. Wenn wir uns diese Datenbank nehmen und uns angucken, wie Daten heutzutage irgendwie im Internet oder auf irgendwelchen Systemen vorhanden sind, dann ist es häufig nicht eine Tabelle mit irgendwie fünf Spalten, sondern wir können diese Tabelle irgendwie beliebig komplex machen. Weil im Moment eher die Idee ist, wir sammeln alles. Wenn ich auf Amazon bin, wird getrackt, wie ich meine Maus bewege, worauf ich klicke, wie viel Zeit ich auf dieser Seite verbringe. Damit habe ich als Nutzerin irgendwie gar nicht gerechnet, weil vielleicht weiß Amazon, was ich gekauft habe, das kann ich mir denken, aber dass das alles getrackt wird und irgendwo mit einfließt, das habe ich gar nicht geplant. Und genauso wird es zu Attributen kommen, die dann mit diesem, weil es einfach so viele sind, sehr spezifisch auf mich zurückzuführen sind. Also vielleicht ist der Wohnort und mein Lieblingssport, den ich betreibe, da gibt es vielleicht noch Kombinationen von 80 anderen Leuten, die die gleiche Vorliebe bei mir haben, aber die Kombination zum Beispiel aus Geburtszeit und Haarfarbe ist schon sehr spezifisch und wird wahrscheinlich von keiner anderen Person irgendwie geteilt. Und das Gleiche ist auch mit den Daten wie Mausbewegung oder so, das ist sehr spezifisch auf eine Person, das sind Daten, die gesammelt werden und deswegen ist das Problem gar nicht so klein, was ich hier hatte, dass man Ausreißer hat, weil irgendwann, wenn die Daten zu komplex werden und ich glaube, an dem Punkt sind wir schon, jeder irgendwie ein Ausreißer in irgendeine Richtung ist, weil unsere Daten einfach zu komplex sind. Also wir sollten das nicht einfach ignorieren und sagen, okay, die paar Ausreißer ignorieren wir, schade, sondern irgendwie betrifft das uns alle. Der zweite Punkt, das Hintergrundwissen. Auch da kann man jetzt sagen, okay, Marvin, du bist jetzt irgendwie in Hamburg, Leute, die das wissen und dich nur deswegen anonymisieren können, die kennen dich irgendwie schon, wahrscheinlich wissen die auch, dass du an der Uni arbeitest, also warum irgendwie diesen ganzen Aufwand betreiben und jetzt noch mehr Arbeit da reinstecken. Leute, die dich irgendwie kennen, wissen, du bist in Hamburg, die wissen auch schon alles andere, also warum achtet man da drauf? Auch das ist ein valides Argument, was ich hoffentlich widerlegen kann. Was man sich dafür angucken kann und damit habe ich die notorische Datenleck-Folie in einem Datenschutzvortrag gezeigt, dieser Erfolg. Genau, hier wird dargestellt, wie groß Datenlecks waren, die in bestimmten Jahren, hier links sind die Jahre, stattgefunden haben. Je größer der Bobbel, desto mehr Daten sind, geleakt wurden dadurch und in die Öffentlichkeit gekommen, zu die, wo man jetzt erstmal von ausgehen muss, die sind für jeden zugänglich und dann auch für jede Person, die da drauf Zugriff hat, also für jeden Hintergrundwissen, die er benutzen kann. Und vielleicht ist in irgendeinem Datenleck auch drin, dass ich gerade in Hamburg wohne, zum Beispiel. Und das sieht erstmal noch gar nicht so dramatisch aus, 2010 ist schon ein bisschen her, aber da sind irgendwie relativ kleine Bobbels, wenn wir in Richtung Gegenwart kommen, dann sieht das Ganze so aus und da werden die Bobbels ein bisschen größer. Dann haben wir hier irgendwie bei Facebook einen Leck, was 533 Millionen Datenpunkte in die Öffentlichkeit hat kommen lassen. Das sind nicht 533 Millionen Personen, aber Information über Personen, wahrscheinlich weniger als diese 533 Millionen, aber es ist eine Menge. Und das sind Hintergrundinformationen, die ich als Angreifer, als Angreiferin benutzen kann, um Datensätze, die veröffentlicht werden, zum Beispiel Verkehrsdaten, zu de-anonymisieren. Und hier, auch da gibt es wieder ein Gegenargument, dass das irgendwie kriminelle Energie ist, etwas, was durch eine Straftat oder etwas, was nicht geplant war, irgendwie in die Öffentlichkeit kommt. Alleine das Besorgen dieser Daten ist höchstwahrscheinlich illegal und vielleicht sollten wir uns darum gar nicht kümmern. Das ist illegal, das haben wir ja verboten, wir haben Gesetze, also ist es doch auch egal. Wir müssen ja nicht davon ausgehen, dass Leute sich illegal verhalten. Das stimmt. Und da gibt es trotzdem Gegenbeispiele, die beschreiben, dass selbst wenn da nicht kriminelle Energie hintersteckt und sogar ein guter Wille hintersteckt, kann das trotzdem zu Problemen führen, was für Daten man ins Internet lädt. Und dafür habe ich als Beispiel mal den Netflix-Preis genommen. Damals sah das Logo noch so aus, das war 2007, 2009. Und da hat Netflix mit gutem Willen einen Datensatz veröffentlicht aus 10 Millionen Ratings von 500.000 Kundinnen. Das ist ein Datensatz, wo einfach Menschen, die Filme auf Netflix geguckt haben, danach bewertet haben, ich habe Ariel geguckt, ich gebe denen so und so viele Punkte und zu dem Zeitpunkt habe ich es geguckt. Und Netflix hatte die Idee, wir veröffentlichen diesen Datensatz. Da kommen wir gleich zu, wir anonymisieren den auch. Aber wir veröffentlichen diesen Datensatz und jetzt SoftwareentwicklerInnen der Welt werft euch rauf, wenn ihr uns einen guten Empfehlungsalgorithmus auf Grundlage dieser Daten geben könnt, geben wir euch eine Million Euro. Also das, was man jetzt auf Netflix sieht, dass man in den Film guckt und danach wird gleich der nächste empfohlen, so ein Empfehlungsalgorithmus ist gemeint. So eine Million Euro oder Dollar ist irgendwie interessant, da kann man viel Arbeit reinstecken. Und mit diesem Datensatz, der veröffentlicht wurde, hat sich Netflix auch Mühe gegeben. So sieht der Datensatz vielleicht ursprünglich bei Netflix aus. Wir haben sowas wie ein Passwort, Hash drin, wir haben, wann ist eine Person der Plattform beigetreten und zig andere Informationen und unter anderem auch das, worum es geht, welcher Film wurde geguckt, wann und wie wurde er bewertet. Was Netflix dann gemacht hat, ist erstmal die uninteressanten für die Aufgabe Informationen rausgeworfen und das sind genau auch die Informationen, die irgendwie jemanden identifizieren könnten oder besonders interessant für Angriffe sind. Also sowas wie ein Passwort, Hash ist natürlich interessant oder auch Daten. Die haben wir rausgeschmissen. Netflix hat sogar noch die Username, das, was ich eben Pseudonymisierung genannt habe, irgendwie einen zufälligen Namen gegeben, damit diese Benutzernamen gar nicht mehr auftauchen. Es wurden zufällige Daten hinzugefügt und es wurden auch vorhandene Daten gelöscht, sodass diese Datenbank irgendwie am Ende so aussieht, dass man hoffentlich nicht mehr, so war der Gedanke, hoffentlich nicht mehr aus der jetzigen Version auf die ursprüngliche Version zurück vollziehen kann, welche Benutzerin, welcher Benutzer jetzt gerade hier hinter steckt und den Film geguckt hat. Guter Gedanke und auch viel Arbeit reingesteckt und wir schieben das mal an die Seite, um uns das zu merken, denn wir reden über Hintergrundinformationen. Es gibt im Internet auch noch andere Datenbanken, zum Beispiel IMDb. Das kennen vielleicht auch die meisten. Das ist sowas wie ein Filmtagebuch. Da kann ich, wenn ich einen Film sehe, gehe ich auf IMDb, trage ein, ich habe den und den Film gesehen, an der und der Zeit und habe den bewertet. Das ist relativ ähnlich zu dem, was auf Netflix ist. Und was man sich jetzt vielleicht auf einen Blick schon denken kann, ist, dass vielleicht Personen, die auf IMDb irgendwie etwas hinterlassen, auch auf Netflix den Film geguckt haben und vielleicht auch da eine Bewertung hinterlassen haben. Und wenn wir die Sachen, die Zeilen miteinander vergleichen, dann gibt es Zusammenhänge. Dann können wir sehen, ohne zu wissen, dass das hier hinter User 1 irgendwie arg entsteckt, sehen wir, dass jemand Toy Story an einem Datum geguckt hat und den irgendwie mit 8,2 bewertet hat. Das sieht schon sehr verdächtig nach dem gleichen Benutzer, der gleichen Benutzerin aus. Und es gibt auch Beispiele, wo irgendwie von Netflix zu IMDb irgendwie sich die Wertung verändert hat, weil ich habe abends Titanic geguckt, da habe ich ihm noch 5,9 Sterne gegeben. Am nächsten Morgen wache ich auf und finde den Film irgendwie noch besser, super gut und bewerte mir eine 6,1. Also es gibt auch so kleine Abweichungen, aber wenn man sich die Korrelation zwischen den Daten, die eigentlich anonymisiert sein sollen, auf der Netflix-Datenbank, die veröffentlicht wurde, angucken und dieser öffentlichen Datenbank auf IMDb anguckt, dann gibt es Zusammenhänge und diese Datenbank kann als Hintergrundinformation genommen werden, um diesen Datensatz zu de-anonymisieren, was wir eigentlich gar nicht wollten. Und ich hoffe, dass das ein bisschen eindrücklich macht, was Hintergrundinformationen auch sein können. Ich muss die Person dafür nicht kennen und ich muss nicht neben den sitzen, um zu sagen, du hast ja da auch irgendwie Matrix zu der Zeit geguckt und den mit 6,7 Sterne beantwortet, sondern diese Datensätze sind gegebenenfalls schon öffentlich und keine dieser Betreiber oder auch der NutzerInnen, die was eingestellt haben auf Netflix oder IMDb, hatte irgendwie böse Intentionen. Also ich kann da gerne Filme reinstellen und ich kann auch gerne auf Netflix-Bewertungen hinterlassen und Netflix hat sich sogar Mühe gegeben, das zu anonymisieren und trotzdem kann ich diese beiden Informationen zusammenbringen und Leute, die eigentlich anonymisiert waren, wieder de-anonymisieren. Wen das interessiert, das hier oben ist die Veröffentlichung dazu, wo Kolleginnen das untersucht haben, dass man diese Hintergrundinformationen an diesem Beispiel zum Beispiel benutzen kann dafür. So, kommen wir zurück zu unserem Beispiel. Ja, scheint irgendwie nicht so richtig zu klappen und nicht auszureichend Pseudonyme einzuführen. Das haben auch schon andere vor uns erkannt und sich etwas ausgedacht, das nennt sich Kanonymität. Das war auch eben schon mal auf der Folie und wenn wir uns die Idee angucken, wird deutlich, was die sich gedacht haben und warum es vielleicht auch eine gute Idee ist. Die Idee ist jetzt nämlich nicht mehr, diese einzelnen Datenpunkte zu benutzen, sondern wir wollen, dass diese einzelnen Personen, die wir hier haben, blau, grün und so weiter, sich in Gruppen verstecken können und diese Gruppen sollen genau gleich aufgebaut sein, intern. Also wenn ich mit Leuten in einer Gruppe bin, dann sehen die genauso aus wie ich. Das K in Kanonymität beschreibt diese Gruppengröße. Also ich kann irgendwie sagen, meine Datenbank erfüllt K gleich zwei Anonymität, dann ist jedes Individuum, jede Person in dieser Datenbank hat einen Partner mit dem er, oder eine Partnerin, mit dem er eine Gruppe bildet, der Größe zwei und diese Personen sehen genau gleich aus. Das wird vielleicht an diesem tabellarischen Datensatz wieder ein bisschen deutlicher. Hier wollen wir jetzt genau das gleich machen, was ich meinte. Wir führen K gleich zwei ein, wollen jetzt K gleich zwei Anonymität irgendwie herstellen und sehen schon, dass das irgendwie schwierig ist, weil jede Zeile, die wir hier haben, irgendwie nicht wirklich einen anderen Partner hat, der genauso aussieht wie diese eine Zeile. Womit wir anfangen, ist das, was wir schon kennen. Wir schmeißen erstmal Vor- und Nachnamen aus, also die Attribute, die uns identifizieren. Wenn wir weitergehen, dann ist das Alter zum Beispiel immer noch super unterschiedlich. Und was wir machen, ist etwas, das nennt sich Generalisieren. Wir nehmen uns nicht mehr die genauen Zahlen, sondern führen so Bereiche ein, wie sie uns gerade irgendwie passen, um diese Gruppen zu erstellen. Also zum Beispiel wird jetzt hier aus 36 und 41, wird etwas zwischen 35 und 45. Und dann haben wir noch die Gruppen unter 35 und über 45. Also haben wir jetzt drei Gruppen, wo wir unsere Person reinbringen. Wodrin sich die Individuen immer noch unterscheiden, ist zum Beispiel Sportart. Und da können wir etwas Ähnliches machen, indem wir nicht mehr über Segeln und Surfen zum Beispiel reden, sondern sagen, das ist Wassersport. Baseball und Fußball sind irgendwie Ballsport, Weitsprung und Hochsprung. Das sind Leichtathletik-Sportarten. Führen wir das ein, dann bleibt nur noch der Wohnort über. Er ist hier irgendwie super divers, deswegen habe ich jetzt gesagt, nehmen wir keine Städte mehr, sondern sagen einfach, die Menschen wohnen alle auf der Erde. Genau, wenn wir uns jetzt diese Zeilen angucken und die vielleicht sogar einfärben, weil wir da besonderen Wert drauflegen wollen, dann sehen wir, dass jetzt jede Zeile einen Partner, eine Partnerin hat, die genauso aussieht, wie man selber. Das Einzige, was noch über ist, ist die Lieblingszahl, weil das vielleicht ein Attribut ist, was wir in unserer Lernaufgabe jetzt gerade benutzen wollen, das Ziel, was wir erreichen wollen. Deswegen machen wir damit jetzt erstmal nichts, sondern lassen das so und können sagen, dass unsere Datenbank K gleich zwei Anonymität bezogen auf die Attribute Vorname, Nachname, Alter, Wohnort und Sport erfüllt. Super. Was bedeutet das für unseren Datensatz? Das Erste, was wir mit den Namen gemacht haben, also diese identifizierenden Attribute rauswerfen, können wir ja auch machen. Wenn wir hier oben in die Ecke gucken, diese einzelnen Datenpunkte werfen wir einfach raus. Also wenn ich mal hin und her springe, dann sieht man jetzt so einzelne Datenpunkte, wo Individuen alleine rumgelaufen sind, die lösche ich einfach raus. Und jetzt mache ich diese Generalisierung, ich fasse Individuen zusammen und dann sieht das ungefähr so aus, das Ergebnis. Also ich fasse jetzt immer zwei Personen zusammen in einer Gruppe und jedes Individuum kann sich jetzt in dieser Gruppe verstecken. Und was ich anmerken möchte, ist zum Beispiel hier sieht man jetzt, diese Gruppe ist schwarz-blau, das lässt uns Rückschlüsse ziehen auf das, wie es vorher aus war, nämlich schwarz und blau. Das ist in der Realität nicht so. Das habe ich jetzt nur zur Veranschaulichung gemacht. Normalerweise bekommen die ganzen dann die Gruppen andere Pseudonyme oder gar keinen Namen mehr. Wir können die hier jetzt irgendwie Gruppe 1, 2, 3 auch wieder durchnummerieren und das sollte eigentlich keine Rückschlüsse auf die ursprünglichen Namen irgendwie geben. Wieder die Frage, hat das irgendwie geholfen? Ich kann die Karte wieder groß machen. Wahrscheinlich ist auch hier wieder offensichtlich, das hat irgendwie nicht geholfen. Weil immer noch diese Gruppe, die hier irgendwie nach Hamburg fährt, egal wie groß die Gruppe ist und wer da drin ist, auch gleichzeitig hier aufgetreten ist. Also wenn ich in der Gruppe war, dann war ich auch hier an der Uni und das ist das, was ich gerade beschützen möchte. Das ist dusselig. Oder genau das, was ich nicht möchte. Das Problem, was wir hier weiterhin haben, ist diese Spezifität der Daten. Also, dass die Daten zu hoch aufgelöst sind und deswegen, selbst wenn wir Gruppen bilden, tauchen wir hier irgendwie weiterhin auf, weil diese Besonderheiten dann bei einer anderen Person auftreten und mit denen zusammen bilde ich eine Gruppe. Die Kritik, die man jetzt daran äußern könnte, ist, Marvin, das ist irgendwie ein schönes Beispiel, das ist ganz toll, aber du hast jetzt dieses K auch sehr geschickt gewählt, nämlich so, dass genau zwei, die hier nach Hamburg fahren, in eine Gruppe fallen und hier unten auch wieder auftreten. Und das Argument ist richtig, das habe ich gemacht, aber die Frage ist, was ist eine allgemeingültige Alternative dazu? Was wir machen können, ist, dass K immer größer werden lassen und nicht nur Zweiergruppen, sondern Dreiergruppen, dann würde das hier unten wegfallen, wir nehmen Vierergruppen. Eigentlich müssten wir das K so groß wählen, wie wir Individuen in unserem Datensatz haben und die Konsequenz in diesem Szenario, was wir haben, wäre, dass wir am Ende noch einen Datenpunkt drüber haben. Und über den mitteln wir jetzt alle Positionen und dann haben wir in der Mitte noch einen Bubble, da sind jetzt alle reingefallen, ich kann da kein Individuum mehr wieder herstellen, das stimmt, aber die Information ist komplett verloren gelangen. Ich habe irgendwie Mittelwert und alles, was ich jetzt noch sagen kann, ist, naja, Personen in Lübeck bewegen sich. Genau. Das ist frustrierend und irgendwie hat man jetzt so viel Arbeit investiert und ist trotzdem zu keiner Lösung gekommen. Was machen wir jetzt? Wir gucken uns die Folie am Anfang wieder an und wir haben bisher nur über Daten geredet und die Daten wollte ich beschützen, diese, entweder die Tabelle, wo Daten drinstehen oder diese GPS-Folgen von Wegen, die man hinter sich gebracht hat. Wenn wir uns den zweiten Punkt angucken, Statistik, das wollen wir jetzt machen, dann lässt sich das Problem vielleicht damit lösen. Das, was wir festgestellt haben, ist, einzelne Datenpunkte sind irgendwie schwierig zu schützen, das können wir nicht machen, es gibt immer viel zu viele Probleme und deswegen gucken wir uns jetzt Statistiken an, wo einzelne Datenpunkte zusammengefasst sind und in den meisten Fällen, und deswegen sind diese drei Fragen am Anfang so wichtig gewesen, reicht das auch vollkommen aus, um die Aufgabe zu lösen, die wir eigentlich lösen wollten. also wo bewegen sich viele Personen, dafür muss ich nicht wissen, welche Person spezifisch an welchem Ort war, sondern ich muss nur wissen, wie viele Personen waren an welchem Ort. Das machen wir jetzt. Wir nehmen diese ganzen Datenpunkte, die wir haben, und ersetzen sie Statistiken. Ich hoffe, das kann man gut sehen. Hier ist jetzt über jedem Ort irgendwie so ein Balken, der einfach nur zählt, wie viele Personen waren da jetzt zu diesem Zeitpunkt. Das Ganze können wir sogar zusammenfassen in irgendwie eine gemeinsame Statistik, wo jetzt diese ganzen Datenpunkte zusammen auftauchen. Das ist jetzt Altstadt, Mali, zwei Positionen auf der Ratserburger Allee hier. Da genannt. Genau, dann hier das an der Wakenitz und das, was hier unten am UKSH ist, beziehungsweise hier im Audimax. Genau, das haben wir zusammengefasst und jetzt ist die Frage, was ändert sich jetzt, wenn ich beschützen möchte, ob Marvin hier unten war oder nicht? Was verändert Marvin an diesem Diagramm? Und wenn wir uns das angucken, dann ist das genau dieser Unterschied. Genug geblinkt. Dieser rote, kleine Balken, der diesen Zähler verändert an den Orten, wo ich war. Ich war zum Beispiel nicht hier oben im Mali. Ich wusste ja gerade mal, wie es heißt. Und an dem Wakenitz war ich auch nicht. Aber ich habe mich hier irgendwie bewegt. Und deswegen tauche ich in diesen vier Balken auch auf. Und das klingt erstmal sehr gut, weil Statistiken, ich meine, es ist gezählt, in jedem Balken sind irgendwie verschiedene Personen drin. Jemand, der von außen als Angreifer, als Angreiferin da drauf guckt, kann gar nicht sagen, okay, diese Höhe hat sich hier ein bisschen verändert, aber welche Person ist daran jetzt schuld? Ist es Marvin, dass der hier unten war? Oder ist es irgendeine andere Person? Ist es ein Messfehler oder ähnliches? Also die Frage, sind wir jetzt schon am Ziel? Ist das irgendwie das, was wir wollten? Haben wir das Ganze anonymisiert? Was wir dafür machen müssen, um diese Frage zu beantworten, ist uns genau zu überlegen, was wir eigentlich erreichen wollten. Und was wir häufig machen, und das macht man auch in der Kryptologie zum Beispiel, ist sich zu überlegen, gegen welchen Angreifer, gegen welche Angreiferin wollen wir uns eigentlich beschützen? Und weil wir irgendwie das spannend finden, das Schlimmste zu nehmen und wir gerne diese Arbeit irgendwie auch betreiben wollen, nehmen wir die Angreiferin, die irgendwie alles kann, alles weiß und alle gehorchen ihr. Also eine ziemlich mächtige Angreiferin, einen ziemlich mächtigen Angreifer. Alles, was diese Person nicht weiß, ist mein eigenes Geheimnis. Also das Ich, wo ich mich bewegt habe, weil wenn sie das auch wüsste, dann wüsste sie alles und ich könnte mir das Ganze schenken. Also das ist eine sinnvolle Annahme, dass sie das nicht weiß, alles andere weiß sie aber. Was bedeutet das für diese Statistik? Das bedeutet, weil ihr alle gehorchen, kann diese Angreiferin sagen, ihr bleibt jetzt alle da, wo ihr seid. In Lübeck bewegt sich bitte nichts mehr, nur Marvin, den kann ich nicht befehlen und ich kann diese Statistik so oft erheben, wie ich möchte. Das kann ich einmal morgens um 9 machen, da ist Marvin irgendwie gerade in der Altstadt, was er da auch immer macht. Um 9.10 Uhr mache ich das wieder und um 9.20 Uhr mache ich das auch. Und das Einzige, was sich in dieser Statistik jetzt verändert, ist irgendwie Marvins roter Balken, der zwar nur ein Zähler ist, aber der bewegt sich irgendwie durch dieses Diagramm von der Altstadt über die Ratzeburger Allee genau dahin, wo wir eigentlich beschützen wollten, dass Marvin da vorhanden war. Also irgendwie scheint das noch nicht so richtig die Lösung zu sein. Und die Frustration kommt schon wieder so ein bisschen hoch, weil irgendwie haben wir jetzt noch mehr Arbeit reingesteckt, haben Informationen weggeworfen und trotzdem reicht das noch nicht. Und an diesem Punkt möchte ich auf den Titel verweisen, nämlich durch Zufall privat, weil der Zufall als Würfel dargestellt jetzt als heilige Hilfe irgendwie dazukommt. Den können wir nämlich benutzen. Wir können diese Statistik, die wir haben, und ich kürze das jetzt einmal auf einen Balken, irgendwie auf Anfragen aufteilen. Diese anderen Balken kommen gleich wieder dazu, die sind eigentlich noch da. Ich habe es jetzt der Einfachheit halber mal ausgeblendet und nur diesen einen Balken haben. Genau, die Angreiferin, wie gesagt, kann mehrere Anfragen stellen und wir können den Zufall damit einfließen lassen. Jetzt ist es irgendwie so, dass bei der ersten Anfrage hat sie noch nichts verändert. Das hat irgendwie nicht geholfen. Jetzt gehen wir davon aus, dass sie noch eine zweite Anfrage stellt. Da hat sich die Höhe verändert. Und bei der dritten Anfrage hat sich das noch mehr verändert. Da ist es jetzt irgendwie auf einmal kleiner geworden. Wichtig hier ist, die Angreiferin sieht natürlich nicht die Färbung dieses Balkens. Sie sieht nur die Höhe, also die Zählung an dem Ort. Und was man jetzt sieht ist, ist, wenn wir drei Anfragen stellen lassen, dann bekommt sie drei verschiedene Antworten. Und so ein bisschen der Kern bleibt der gleiche. Diese grauen Balken, der ist hier ein bisschen kürzer geworden, aber bei denen zum Beispiel ist es gleich. Aber sie bekommt andere Ergebnisse. Trotzdem der Kern gleich bleibt und nur Marvin sich bewegen darf und zu dem Zeitpunkt irgendwie an dem Ort war. Und jetzt sieht man vielleicht, dass wenn wir das erweitern auf diese drei Anfragen, die wir dann zu verschiedenen Zeitpunkten irgendwie passieren lassen, dass sich die einzelnen Balken von den Zeitpunkten unterscheiden, trotzdem nur ich mich durch Lübeck bewege. Also dieser rote Balken bewegt sich tatsächlich hier irgendwie durch, so wie es vorher war, aber die Höhe der Diagramme, der Diagrammbalken verändert sich. Einfach nur, weil wir uns dazu entschieden haben, diesen Würfel zu benutzen und so ein bisschen Zufall drauf zu werfen. Und ich glaube, jetzt sieht man auch, dass das tatsächlich dabei geholfen hat, meine Daten zu beschützen. Wenn ich jetzt als Angreiferin mir das angucke, dann sehe ich zwar die Höhe der Balken, aber ich kann von Anfrage zu Anfrage nicht mehr nachvollziehen, wo ich als Person irgendwie drin war, weil sich die Höhe der Balken immer so ein bisschen verändert und ich kann gar nicht genau vergleichen, wie sich das jetzt verändert hat von Anfrage zu Anfrage. Trotzdem, ich sagen kann, ganz Lübeck, bitte bleib stehen, wo du bist und verändere ich nicht mehr. Wieder die Frage, sind wir jetzt am Ziel? Ich würde sagen, das sieht sehr gut aus und ist irgendwie für die Intuition, die ich heute rüberbringen möchte, auch genug. Das Ergebnis ist, dass wir keine einzelnen Datenpunkte veröffentlichen, wie sie ursprünglich in der Tabelle oder die GPS-Daten waren, sondern wir fassen das Ganze zusammen in Statistiken. Und diese Statistiken, bevor wir sie veröffentlichen und sie der Öffentlichkeit zur Arbeit geben, fügen wir so ein bisschen Rauschen hinzu. Das ist das, was ich mit Zufall meinte. Wir nennen das irgendwie Noise, Rauschen, wie auch immer. Das ist eine zufällige Zahl, die wir da drauf addieren. Und was wir dadurch erhalten, sind beweisbare Garantien für den Datenschutz oder den Privatsphäre-Schutz. Und das ist unsere Arbeit, die wir drüben machen. Wir überlegen uns Algorithmen, wo wir das draufwerfen können. Häufig ist es dann der Zufall, den wir benutzen, um etwas zu erreichen. Das Ganze, nur um den Begriff genannt zu haben, nennt sich Differential Privacy. Wenn da zu Fragen sind oder euch das interessiert, können wir da gerne noch weiter drüber sprechen. Die Intuition kommt aber jetzt, glaube ich, trotzdem rüber. Wir gucken uns die Diagramme an, gucken uns an, was einzelne Personen an diesem Diagramm verändern können und werfen ein bisschen Zufall rauf, um zu verstecken, ob da eine Person war oder nicht. Vielen Dank an den Zufall. Auf jeden Fall. Genau. Einen letzten Punkt, den ich noch bringen möchte und dann ist, glaube ich, auch die Zeit vorbei. Die Frage ist, diese Angreiferin, von der wir hier ausgegangen sind, nämlich, perfekt, da ist sie. Sie kann alles, weiß alles, alles gehorchen ihr. Ist das nicht irgendwie ganz schön hart und ist das nicht einfach auch überschätzt, dass es solche Angreiferinnen gibt? Gibt es wirklich Personen, die Datenbanken bestimmen können und sagen können, da verändert sich jetzt nichts mehr, außer eine Person hat, gibt es überhaupt eine Person, die so viel Kontrolle hat? Und die Antwort darauf ist, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich ist das relativ streng. Aber man sieht, dass solche Angriffe, die auf Statistik beruhen, in der Realität passieren. Und da möchte ich gerne zwei Beispiele nennen. Dann habe ich nämlich auch den KI-Punkt auf der ersten Folie abgedeckt oder auf der, welche Folie es auch immer war, nämlich, wir gucken uns das neuronale Netze an und zwar klassifizierende neuronale Netze. Warum liegt das so nahe? Neuronale Netze oder künstliche Intelligenz sind eigentlich nur Statistik in Komplex. Also das, was wir erwarten von einer KI, von einem neuronalen Netz, ist eine Statistik über etwas auswendig zu lernen. Merk dir, wie ein Hund aussieht und dann kann ich dir einen Hund zeigen und du sagst mir, dass es auch tatsächlich ein Hund ist. Das Training dazu, das ist jetzt gar nicht so wichtig, ich möchte es nur einmal zeigen, basiert darauf, dass wir einen Datensatz haben, das ist eine Datenbank. Dann werfe ich das in irgendeinen Algorithmus, der mir ein Modell ausgibt. Und dieses Modell ist diese KI, das neuronale Netz, wie auch immer. Was hier in der Mitte passiert, ist jetzt glaube ich nicht wichtig. Wen das interessiert, können wir uns gerne darüber unterhalten. Wichtig ist nur, es passiert irgendwie Magie in der Mitte und dann bekommen wir aus diesen Daten ein Netz raus, was mir mit diesen Daten irgendwie helfen kann. und diese Daten zum Beispiel können unsere GPS-Koordinaten sein, das kann unsere Tabelle sein, die wir gesehen haben oder es können halt Fotos von Tieren sein. Und was ich erreichen möchte, wie gesagt, ist, ich werfe ein Foto rein, ich habe irgendwie eine sinnvolle Aufgabe, jetzt nicht, ist das irgendwie süß oder nicht, da würde jeder Ja sagen, das brauchen wir nicht trainieren, sondern ist das ein Hund oder eine Katze, dann soll dieses Netz entscheiden, ja, ist es ein Hund und das ist tatsächlich richtig. Wie gesagt, hier in der Mitte ist irgendwie sowas, was auch mit Statistik zu tun hat und das können wir auch so ähnlich behandeln, das heißt, ein Angreifer, eine Angreiferin kann auch das machen, was wir vorher besprochen haben, in ein bisschen anders, aber mit der gleichen zugrunde liegenden Idee. Das heißt, wenn wir in den Trainingsdaten zum Beispiel Gesichter haben, jetzt nicht mehr Hunde, sondern Gesichter, die ich als Aufgabe reingebe und das Netz soll mir jetzt sagen, das ist, gib mir ein Gesicht und du sagst mir, ist das Person 1, 2, 3 oder 4, dann möchte ich, dass das Netz das lernt und das ist gar nicht so abwegig, dass jeder, der irgendwie ein Handy, ein iPhone mit Face-ID zum Beispiel hat, lernt genau das. Also ich bringe dieser KI bei, mich zu erkennen und andere nicht zu erkennen oder zumindest zu erkennen, dass das nicht ich bin. Was jetzt andere ForscherInnen gezeigt haben, ist, dass man nur, weil man dieses Netz hat, gar nicht die Trainingspunkte, sondern nur das Netz, also das, was ich als Diagramme dargestellt habe, ohne dass da Rauschen drin ist, dann kann ich Daten wiederherstellen. Das ist die untere Reihe, das ist das, was ForscherInnen wiederhergestellt haben, nur weil sie dieses Netz hatten. Und man sieht, dass das irgendwie, ja, da ist noch so ein bisschen Rauschen drauf, das ist irgendwie so ein bisschen krisselig, aber ich glaube, jeder, der da rauf guckt, könnte jetzt sagen, dass das die gleichen Personen sind. Also man hat quasi das Foto, was ich ursprünglich reingegeben habe, was ich nie als AngreiferInnen irgendwie gesehen habe, konnte ich wiederherstellen, nur weil ich das Netz, diese Statistiken hatte. Das ist irgendwie ein Problem. Ein zweites Beispiel zu neuronalen Netzen, es gibt generative neuronalen Netze. Das ist das, was man jetzt als, was weiß ich, ChatGPT gerade kennt. Ich kann eine Anfrage stellen und dann bekomme ich eine Antwort darauf. Das ist keine Klassifizierung, sondern es wird etwas generiert, etwas hergestellt. Und ich könnte jetzt einen Satz anfangen mit, was ist die Antwort auf die? Dann würde ChatGPT mir eine Antwort geben. Das erstellt eine Liste von Kandidaten, ordnet jedem Kandidaten eine Wahrscheinlichkeit zu und sagt, okay, Antwort auf die Frage, Störungsmeldung, Berichterstattung. Ich entscheide mich für Frage, weil das ist am wahrscheinlichsten aus den Statistiken, die ich schon gesehen habe, aus den Daten, die ich beim Training gesehen habe. Das macht es, das kann ich wieder in ChatGPT reingeben. Die nächste Antwort wäre jetzt entweder 42, ja, absolut nicht. Nehme wieder das Wahrscheinlichste, wahrscheinlich ist es 42. Genau, das passiert. Naheliegend wäre jetzt, und dann bin ich auch fertig, ist, wenn ich diese Frage clever formuliere, dann kann ich wahrscheinlich Informationen aus den Trainingsdaten wieder rausbekommen. Ich kann nämlich, und das haben auch andere Forscherinnen gemacht, fragen, GPT 2, das ist der Vorgänger von GPT, von ChatGPT, bitte vervollständige mir meine Sätze, die ich dir gleich gebe, und ChatGPT, genau, vervollständige diesen Satz mit Informationen, die ich eigentlich gar nicht haben sollte. Also wenn ich jetzt frage, hey, ChatGPT, du bist Peter aus Hamburg, wie ist deine Kontonummer? Nur weil diese Kontonummer irgendwann vielleicht mal irgendwo aufgetaucht ist, sollte ChatGPT mir die nicht geben, weil sie mir gar nicht zusteht zu haben. Genau, dass das Ganze funktioniert, das hat dieses Paper gezeigt, und hier nur ein Auszug, was wieder hergestellt wurde, das sind Individuen, die benannte Individuen, also Peter aus Hamburg zum Beispiel, und aber auch Kontaktinformationen, also relativ spezifisch Adressen, E-Mails, Telefonnummern, Twitter-Accounts und so weiter. Etwas, was eigentlich gar nicht veröffentlicht werden sollte, sondern es war in den Trainingsdaten des Modells, weil ich das Modell veröffentliche, kann ich diese Informationen auf einmal wieder herstellen. Es war eigentlich nicht geplant und sollte auch nicht so sein. Um das Ganze abzurunden, das Letzte war wieder relativ negativ, aber auch dafür haben wir Lösungen. Ich hoffe, dass es an den Statistiken klar geworden, es gibt Varianten, wie man diese Sachen, die man eigentlich machen möchte, nämlich zu wissen, wo in Lübeck bewegen sich Menschen, oder eine KI zu programmieren, können wir weiterhin so machen, wie wir es kennen, aber wir können dabei trotzdem auf Daten- und Privatsphäreschutz uns konzentrieren und das gleichzeitig mit reindenken und damit möglich machen, dass diese Techniken weiter funktionieren, ohne dass ich eine Aufgabe löse und hintenrum komplett alles kaputt mache. Und damit bin ich auch fertig. Vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn es irgendwie... Genau, Fragen jetzt gerne, ansonsten ist das nur mein Kontakt, falls nachträglich noch jemand sich dazu entscheidet, jetzt Fragen zu stellen. Nicht jetzt Fragen zu stellen. Ja, vielen Dank Marvin. Gibt es Fragen? Wie weit ist das Forschungsgebiet fortgeschritten und wird das schon angewendet? Ich glaube, wie weit fortgeschritten ist, ist schwierig zu beurteilen. Also es gibt viel Forschung und es gibt viele Ergebnisse. Ob das angewandt wird, es gibt immer so ein bisschen das Problem, das, was ich auf den Konflikt zwischen diesen beiden Fragen, was möchte ich lernen, geht das noch und möchte ich das nicht? Das ist ein Konflikt und das führt dazu, dass Unternehmen, die irgendwie eine Aufgabe lösen möchten, nämlich besonders gut Gesichter zu erkennen, sich nicht so leicht tun von alleine, darauf zu achten, dass Datenschutz gleichzeitig mitgedacht wird. Genau, es gibt dafür aber Lösungen und es ist während, also gleichzeitig auch schon so, dass große Unternehmen, wie zum Beispiel Google, Differential Privacy, also das, was ich gerade beschrieben habe, auch schon benutzen. Das wird aber viel, so ist es dann nicht Greenwashing, aber so ein bisschen Marketing-mäßig benutzt. Wir machen das für diese, was ich hier hatte, in dieser Vorhersage, wie gerade wo die Auslastung ist, da wird es angewandt, aber man kann das Ganze skalieren. Also wie gut ist jetzt dieser Privatsphäre-Schutz, den ich da reinbringe, wie gut ist dieses Rauschen und das, was Google macht, ist, wir schreiben uns drauf, wir erfüllen Differential Privacy, die Garantien, die sie aber erfüllen, sind eigentlich nicht vorhanden. Also sie sagen, wir addieren da ein bisschen Neues drauf oder ein bisschen Rauschen, das ist aber so wenig, dass man damit keine Person versteckt. Genau, und Leute, die aber darauf gucken und das nicht genau wissen, was komplett verständlich ist, dass man nicht weiß, was es bedeutet, weil es ist auch super abstrakt und eklig zu verstehen, dann, genau, steht da zwar drauf, dass sie Privatsphäre schützen, tatsächlich ist es das aber nicht. Soll heißen, es gibt die Technik und man kann sie benutzen, aber, und es wird auch benutzt, aber noch nicht in der breiten Masse. Genau. Genau, also du hast ja jetzt erzählt, dass wir, wenn wir eine Aufgabe lösen wollen, dass wir irgendwo einen Datensatz haben, den wir dafür benutzen können. Und die Frage ist jetzt eigentlich, diese Anonymisierung, die du durchführst, die kann man ja eigentlich erst spezifisch auf die Aufgabe durchführen, dass wir halt nicht zu viele Informationen verlieren. Also wie stellt man dann den Datenschutz an der Stelle sicher, dass die Daten halt irgendwo abgespeichert werden, bevor sie anonymisiert werden? Weißt du, was ich meine? Also die Datenlecks, die können ja vor der Anonymisierung auch schon stattfinden. Auf jeden Fall. Also es gibt, und da kennen sich andere Menschen deutlich besser aus, es gibt Lösungen dafür, wie man Daten speichert, ohne dass die, ohne weiteres davon betroffen sind, von irgendwelchen Datenlecks und von Heckangriffen und ähnliches, sondern dass wirklich nur ein Zugriff auf diese Daten stattfinden kann, unter bestimmten Bedingungen. Und das sind dann die richtigen Bedingungen und deswegen ist ein Angriff quasi nicht mehr möglich. Das könnte man machen und damit könnte man den Zugriff auf diese Daten steuern und dann wüsste ich, wann ein Zugriff stattfindet und ich könnte mir vorher überlegen, dieses Interface, was ich irgendwie schalte, der Zugriff auf die Daten, da könnte ich diese Datenschutz, Privatsphäre-Schutz-Maßnahmen irgendwie rein streuen, dass, wenn ich Daten erhebe als Unternehmen oder als, weiß ich nicht, auch als Privatperson, dann gebe ich niemanden diese Daten, außer über diese definierte Schnittstelle, wo ich nur noch so antworte. Und ich glaube, wahrscheinlich kennen sich andere Menschen damit oder sicher kennen sich andere Menschen damit besser aus, aber diese Daten-Lags passieren, glaube ich, ehrlich gesagt, weil die Daten irgendwo liegen, wo sie entweder nicht liegen sollten oder ich einen USB-Stick verliere oder irgendwie anderer Schindluder betrieben wird, gegen den sich nicht verteidigt wurde. Und wenn wir die Daten aber irgendwo speichern würden, wo Angriffe eigentlich de facto nicht mehr möglich sind, dann wäre dieses Problem aus dem, also ich glaube, genau das geht irgendwie einher. Ja, wenn wir Daten öffentlich lassen wollen, dann können sie leaken und jeder kann darauf zugreifen, dann kann ich sie auch einfach verlieren. Wenn ich sie aber in einem Tresor lasse und nur gesteuerten Zugriff darauf habe, dann ist es nicht mehr so einfach.